Hallo und willkommen zum heutigen Rocket League mit dem Stefan. Hallo. Hallo. So, heute mal 2 gegen 2. Letzte Folge hatten wir ja 1 gegen 1, wo ich natürlich gewonnen habe. Haha, natürlich. Vor allen Dingen natürlich. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare holen. Genau, zeigt einfach mit Daumen nach oben. Oder sowas. Wenn nicht, dann kommen wir runden. Jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass wir wieder 2 gegen 2 spielen. Oh nein, den kriegt er nicht. Oh lol, der kommt dann auch die Scheiße. Ja, muss er erst mal dran gewöhnt sein, weil es sind ja gleich mal doppelt so viele Autos. Ja. Wie springt der hier rum, Alter? Ey, ich würde ja schon fast sagen, dass wir so ein bisschen Weide gleich spielen. Du spielst sogar noch ab'n Ticken besser. Rade. Oder was machst du? Ja, so ungefähr. Heiß. Du spielst. Du spielst halt eher so von hinten raus. Ich bin halt eher so einer, der halt... aus komischen Winkeln trifft, wie das zum Beispiel. Hehehehe. Das ist immer noch leicht krank. Ja. Woa. Oh lol. Sind die noch? Der hat mich gewohnt auf Stoisch. Nein. Oh oh. Pfosten? Jawoll. Woa, nachgeklärt. Nein! Der hat mich weg geschossen. Der war gut, oder? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Knall. Oh. Wäre doch nicht nötig. Was? Ich wollte gerade schießen, fliege in die Luft. Ich putzle immer noch hinten rum, Alter. Was? Ey, ich wollte gerade rein, auf einmal was drauf fallen lassen. Du bist der eine. Das war überhaupt Lack, Alter. Das war Lackschuss. Was? Let's go. How about us? Der eine holt sich noch mal sofort an den, Alter. Okay, dann gehen wir jetzt auch auf die Störung, jetzt hier. Boah, den erstmal weggekickt. Mann, warum kommt denn der Brandier? Schwule, Mann. Vergiss das. Boah. Oh, shit. Der legt ein, oh, sehr schön. Bart meio piek esqueln. Läu. Kommst du den? Kann man nicht, oder? Läu. Nincm. 沒有 Druck. Am Arsch, Alter. Weil du brauchst das gar nicht fassen. Mich mit weggeschossen. Ich lieg im Tor. Nein! Alter. Mit Fullspeed hab ich jetzt gerade die Handbremse gezogen. Wär ich auch schon eingekölt. Du musst mal die ganze Zeit die Handbremse ziehen. Boah, Alter. Oh. Nein! Nein! Ja! Hier hast du da haarscharf und die vorbeigedürftet gerade. Ja. Mitte! Alter! Nice zusammengespielt. Hast du den Traumpass gesehen? Ja. Erstmal zäh rüber zu dir. Zack! Zack! Ja, das sind Spielzüge hier. Ich wollte erst einmal doppelt zurückspringen, aber ich hab dich gesucht. Ja, spende! Den lassen wir mal. Ah, fuck! Jetzt hat er noch keinen Doppelstrung gerade ausgeflirtet. Das ist eine Kacke. So. Ja. Schade. Lassen! Lassen, lassen, lassen! 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 Die wollen, die wollen. Sehr schön. Hier schön mit Silbereinstufung. Ich bin noch mal nach Bronfen 2. So, da kommt's hoch schneller. War da schon. Die waren gut. Ne. Profi und Veteran. Overkill 92 hab ich schon mal gegen gespielt. Alter, da gibt's viele, die wir schon mal gespielt haben. Ich hab wieder den Chat auf, Alter. Wie machst du sowas? Es ist es ist es. Oh leu, jetzt hast du das gekocht. Jaja, scheiß Ausrede, Alter. Ne, das hat echt gekocht. Ich muss unbedingt diese Chat-Taste irgendwo anders hinlegen, ey. Ich hab's ja umgenannt. Das hab ich aber in manchen Spielen auch gefordert. Zum Beispiel, ähm, wenn man die Signale macht. Hab ich mit meiner Maus gelegt. Ah, schade. War komplett rückwärts gespielt. Nein, vorbeigesprungen. Oh, sehr schön. Boah, lol. Ne, Rocket League. Boah. Will ich fassen? Warte, zwei haben wir uns vorbeigelegt. Lol. Alter. Oh. Heiheihei. Die wollen's wissen. Gefroel. Hoppala. Was machst du? Ich hab dich nie gesehen. Renn halt nicht rückwärts in den Scheiß-Ball rein, Alter. Dann fahr erstmal zurück, dreh dich. Ja, du bist rückwärts gekommen. Fahr zum Tor, dreh dich um, schau wo du hin musst und dann fahr wieder los. Du bist auf die Rückplatzbewegung quer in den Ball rein gespürt. Oh, der kommt bitte. Jawoll. Ich hab den einen noch abgedreht. Sag. Muss man auf den anderen noch. Ja. Da konnte nix mehr machen. Na, der den im Allgemeinen nicht machen können. Der war zu hart. Glaub ich ja nicht, weil der eine... Die sind auf jeden Fall richtig zu. Boah geil. Weiter geleitet. Wow. Au. Oh shit. Achtung. Sehr schön. Lol. Machst du. Vorbeispringen. Ja. Hab schon was besseres schon von dir gesehen. Ich bin gekickt worden. Das war danach. Scheißegal. Ich bin weggekickt worden. Na, der kippt du. Nein. Oh lol. Lol. Da hab ich etwas beschwissen. So. Dann halt mit Gewalt. Immer diese mysteriösen Tore, weißt die einfachen? Die sind ja selbst. Warum? Och Gott. Och Gott. Sehr schön. Hab ich. Und? Der kommt. War gut. Der war gut. Guter Schuss. Wow. Der war auch gut. Der war echt gut. Der hat gesessen. Ich hole jetzt schon Hunde da. Okay. No. Hehehe. Muss machen. Ich glaube wir haben ihren Willen gebrochen. Wahrscheinlich. War die 3-0-3-Einzuführung. Du weißt ja zwar nicht. 3-1 denke ich aber. Ja. Was denn? Oh verdammt. Passt schon. Oh. 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 So gut ich dann nochmal rangekommen bin. Oh. Ich hab uns von den Hunderter drauf. Oh. 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 Leckgegiggle Vorlage Okay Oh man oh man Wir könnten ihn manchmal so einfach haben Oh lol Manchmal so einem Woah What? Alter Oh dieser Penhat Moment mal Nein Das war knapp Wie Och fuck Was denn Ja Und Scheiße reicht nicht Shit Ich höre mal so ein Hunde Achtung Bin schon da Frisch aufgeladen mit 100 Nitro Ohhhh Also manchmal ne Erwischt man die Bälle aber echt beschissen Oder gar nicht Oh oh Na Boah Alter So was zumal Shit man Nice Das war echt geil Sack Weil ich wieder über diese Scheißkante gefahren bin Nachspielzeit Nachspielzeit Kann schnell gehen Kann auch kurz gehen Mh Eher schnell oder lang Aber dieses Fuck Hohoho Ich seite schon durchs Haxten bitte Oh oh Wollte ich erst aber Oh Vorsicht Oh Andereck Hö Fuck you Und los Und los Oh Mann Und weg damit Los jetzt Los jetzt Oh Oh Springt ja wieder dazwischen Hoppala Hehehe Besonderlich Oh Schön vorbeigelegt Mist Kommst du ran Oh 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 Jawoll Hehehe Lock war easy Lock war easy Hehehe 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 Gute würde ich mal sagen Wenn du euch gefallen hat dann Daumen nach oben und bis morgen Tschüss Bis morgen Tschüss